happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute gewusst haben und herzlich willkommen bei red or gamble ich spiele heute mal wieder mech arena ich werde mal wettbewerb sagen mit mein hangar wo ich über die erfolge mit fahren möchte also viel spaß es geht los die erste runde da recht ich habe eine eine quest gekriegt werde mit ein sperr sie mal mvp ups ja 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 Ja! Okay. Ich bin ein bisschen dran. Okay. 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 Also gewonnen die erste Hunde, ja. Der Einsatz von Meimilch allerdings nicht so gut gewesen, weil die irgendwo immer dahinter stehen. Okay. Okay. Das war gut. Das war miteinander. Da kommen wir nicht rein. Oh, da oben. Und? Ah. Hat das überlebt. Jawohl. Aber 12, 13 Grad verloren? Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss nur mvp werden mit denen. Ja. 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 Da hab ich erwischt. Na gut. Oh. Ja. 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 Das war doch eine Kai. verloren 10 zu 15 es gibt es doch nicht die erste runde war so schön so gut mvp ja das wollte ich ja haben gut dann würde ich mal sagen gehen wir gleich in der nächsten runde wir haben quasi alle fertig gemacht ja dann viel spaß die zweite runde geht los ich werde wieder meinen mich nehmen mein slingshot fürs blatt ja 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 und okay ja und ich würde mehr schräg schießen sollen Okay. Down ist er. So, der wäre jetzt auch da. Gut, und weiter jetzt. Lass mal hier oben stehen, schauen wie sie laufen. Wenn die nur oben lang laufen, kann ich auch hier stehen. Ach, das gibt's doch nicht. Der lebt auch noch. Okay. So. Ach, Free Fire schon wieder. Hat er mich dahinten erwischt? Diese Sau. 3, 2, 1. Hm, eins, eins. Hm, 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 hm. Ich glaub, ich brauch noch ein paar Kills. Gibt's da nicht so ne Information. Oh. Nein Information. Super. Hm, hm, hm. Super. Oh Gott, der Mesh zerstört, bei dem ich anstür machen wollte. Waaaah. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber... Ich glaub, die Runde wär wahr. Verlieren. Ich glaub, die Runde wär wahr. Ja. Schon wieder verloren. Bin ich dabei? Ja. Mit 2 KS 3 Unterstützung. Aber ich bin dabei. Zweiter Spieler. Das ist immer so der Fall, wenn ich probiere, eine Quest fertig zu machen. Und... Ja. Egal. Gut. Dann bis gleich. Dritte Runde. Die letzte Runde. Aber jetzt muss ich doch mal gewinnen hier. Das geht nicht anders. Ich muss gewinnen. Ich kann doch nicht wieder alle 3 Runden verlieren. Ich muss aufhören. Oh nein. Ich glaube da probieren gerade alle die Quests zu machen, ja? Außer halt die Mechs, äh die Bots. Doppelküüüüü! Wow, da möchte ich nicht hin. Okay. so weit ich glaube diesmal könnte man das schaffen 2 1 und ja es läuft doch oh oh shit schön schön und wieder mvp gut dann würde ich mal sagen das war's für heute ich will das gleich noch alleine die anderen mvps machen ja und dann sage ich dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten wo ihr dabei seid bis dahin mit euch viel spaß und auf wiedersehen ciao so 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 so